Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ihr seht ja warum, wo ich stehe. Warte, Freunde? Hier in Titelsee, äh, ich werde diesen Server für immer verlassen. Sehe ich auch noch mit. Ich werde auf jeden Fall keine Skammer mehr folgen kommen. Wieso, warum ich verlassen werde? Rüstung verloren im Nether. Coming time. Ich drehe mich ruhig weiter. Also, Nether. Ich war gestern schön in Farmen. Ich habe ja Clipbeweise. Ich werde kurz eingeblenden und kommen. Ne, keine Zeit. Ah, wir gehen mal im Farmen. Hey, letztens war ich auch im Farmen. Hey, Nether. Ich habe mir nix schön bei gedacht. Halalalali. Jetzt... Jetzt habe ich auch... Jetzt kann ich auch nicht verbrennen. Aber warte. Und... Und... Und die sich immer noch ja... Frau Freunde, der Grund ist... Ich war ein Nerder. Ich hatte die Perks. Ja, Feuerschutz. Deaktiv. Ich hatte das. Bin ich verreckt. Ich hätte alles Sachen wollen. Meine komplette Rüste. Reihe 3. Meine Rüste. Ab. Sind jetzt auch leider fritsch. In den Ofen. Ja. Tut mir leid, Freunde. Es kommt keine Skammer vor. Tut mir leid. Aber es muss. Vielleicht kommen erst bald wieder, wenn jemand mir eure Nerder Rüste ausleitet. Das Skammer-Video. Ich spreche euch. Ich geb's euch an. Wenn ich keine Nerder Rüste. Kann ich keine... Keine Folgen mehr machen. Eine Walle. Sind Skammer-Folgen? Was denn? Ja. Leid, Freunde. Aber vielleicht gibt's bald wieder Folgen. Man weiß nicht. Oh, nee. Hauptsache. Ja, klatschen. Schau. Schau. Leid, Freunde. Muss ich mache. Aber es wird nicht fett. Aber es wird nicht fett. Es wird keine Folgen mehr geben. kommt jetzt nur aus wie der jetzt vom kanal also ich gebe eure dann und ja was jetzt da denkt ihr euch was ist da drin jetzt nichts besonderes auch nicht also ich würde sagen spiele so falls ihr es nicht verstanden habt, könnt ihr mich gerne ändern der discord heißt ich willhunting at 755 seht alles in videobeschreibung tschüss